hallo lieben kristin heimsche meyer partheraport beziehungs coach in hamburg und auch coach für andere themen und so weiter und so fort genau heute geht es um das zeitlose thema von ninoschka ja so quasi wenn du auf dem weg bist schon teil von einem liebeschiff verändert hast und dann klarer wirst und dann aber doch noch mal an dir selber zweifelst ob das denn richtig ist dass du jetzt so einen viel klaren weg hast denke ich eine sehr spannende frage gibt immer noch so ein drei stunden sommerpaket packe ich noch mal drunter niebeschiff party september ist richtig was los lesung hamburg und jena bootcamps hamburg mornau berlin zieht euch das noch rein solange es noch geht wer weiß wieder lockdown zuschlägt und so weiter genau also lieber christian ich habe mich entschieden die auch mal zu schreiben wahrscheinlich werde ich keine antwort bekommen was das denn für eine einstellung versuche aber einfach mal mein glück ich bin auf deinem kanal vor circa anderthalb jahren geschossen indem ich bei google ständiges schluss machen gesucht habe mir daraufhin viele artikel über narzissmus vorgeschlagen worden ich komme aus einem südamerikanischen land meine familie war sehr arm und ich hatte eine nicht so schöne kindheit mir werde ich dazu nicht sagen du sagst immer fast jeder hatte schlechte kindheit naja nicht unbedingt jeder bei jedem ist irgendwas nicht so dolle gelaufen sind halt nicht perfekt auch als eltern nicht jedenfalls aber das soll jetzt nicht heißen dass man es nicht wahrnehmen sollte was nicht gut war oder nicht anerkennen sollte überhaupt nicht mehr jedenfalls haben sich daraus negative glaubenssätze geformt sowie ein schlechtes selbstwertgefühl ich hatte mehrere beziehungen bin jetzt 41 die meisten hielten circa zwei jahre nur die beziehung zum vater meiner tochter hielt acht jahre nach der trennung von ihm lernte ich bei einer dating börse kommt mal zu soulmatching hat gerade ist gerade in der betaphase zumindest kannst du schon mal für newsletter anmelden betaphase können jetzt nicht so viele rein soulmatching.de und so weiter auf jeden fall warst du auf einer logischerweise auf einer anderen börse und lernst du einen mann kennen mit dem ich sogar eine patchwork familie hatte leider beziehungsweise zum glück hat dieser mann sich als mein arsch der hat mich regelrecht fertig gemacht und ich zog mit meiner tochter bei ihm aus als sie es nicht mehr aussieht ich gebe keine details das war eine stinknormale toxische beziehung für sie alle kennen und nicht lieben das ist eine gute einstellung sehr locker ich war dabei der plussipol in den anderen beziehungen davor war ich eher ein leichtes minus ohne aber die männer fertig zu machen ja jetzt ich gehe ja immer von drei varianten aus also man kann minuspol sein ohne narzisstisch zu sein das ist häufig hat man dann diesen co-abhängige bindungsangst und dann gibt es eben so glatte pluspoligkeit und eher so diese egozerentische weise genau ich verließ aber alle einfach nach circa zwei jahren ich würde denken das ging um mangelnde polarität ja vielleicht bist du auch ein bisschen im minus ne aber wie gesagt also aus meiner sicht sagt eine länge der beziehung ist nicht darüber aus wie gut sie ist weil es sind viele leute in langen beziehungen die einfach den weg nicht rausfinden aber eigentlich unglücklich sind und klar andersrum sind kurze beziehungen auch nicht per se besser vielleicht geht man zu schnell raus aber tendenziell aus heutiger als ich würde ich sagen ist manchmal wirklich auch die bessere strategie dann auch zeitig zu gehen so nach der trennung von meinem toxischen partner konnte ich nicht abwarten und schütze mich in die nächste beziehung gut dass das nicht gut ist dating pause haben wir glaube ich genügend thematisiert guck auch gerne mal ich wiederhole nicht immer alles in alten videos rein macht die fucking kurse da steht auch alles drin auf liebe schiff punkte genau und muss ja eh schon länger dabei glaube ich nicht die ich auch nach einem halben jahr beendete da ich mich nicht verlieben konnte ja man ist einfach durch nach so einer richtig toxischen beziehung da da muss man erstmal alles die ganzen neurotransmitter und hormone muss nicht erst mal wieder auf null stellen man muss erst mal wieder durchatmen da geht echt gar nix ne deswegen sollte man auch eigentlich nicht gleich wieder daten weil man tut den leuten die man dann hätte glaube ich auch kein gefallen aber gut die haben ja auch ihre eigene geschichte dann ab da hat man eine veränderung bekommen begonnen ich ging an sport zu machen ernährung umgestellt aufgehört zu rauchen nice das ist immer gut an sich zu arbeiten in der single phase und einfach so die beste version aus sich zu machen man wird ja in beziehungen auch in glücklichen beziehungen manchmal so ein bisschen ja keine ahnung lässt die den dingen in lauf und relaxed wird vielleicht manchmal auch ein bisschen faul sogar aber umso besser wenn man dann single ist sollte man das zeit auch entsprechend nutzen wenn man will wenn man nicht will dann halt nicht schau dir deine videos an löste die negativen glaubenssätze halte mein inneres verletztes kind aber als ich daran selbst liebe mein leben hat sich komplett verändert auf einmal sah ich alles klar und fühlte mich besser denn je dafür bin ich dir sehr dankbar gern geschehen nun zu dem thema warum ich dir geschrieben habe ich fing vor zwei bis drei monaten wieder an zu daten diesmal auf einer social media plattform ich habe viele männer kennengelernt viele von vornherein aussortiert konnte sofort sachen erkennen beziehungsweise red flags identifizieren ja das ist ja auch eine möglichkeit instagram facebook und so für dating zu nutzen funktioniert ja im grunde genommen so dass man halt gute fotos einstellt und oder ein ansprechendes profil und darauf wartet dass man irgendwie angeschrieben wird oder beziehungsweise als man nicht dass frauen das nicht auch dürfen aber jetzt von der polarität her wahrscheinlich auch besser wenn der mann anschreibt ja warum nicht ist für mich so so mittelding zwischen real life dating und online dating vielleicht mehr richtung online dating aber natürlich sieht man so ein profil sieht man natürlich in der regel mehr als jetzt in so einem online dating profil ja überhaupt nicht kann man auch machen so aber klar sollte man da vorsichtig sein weil mein gott man kennt die leute nicht es gibt fake profile man weiß nie wer dahinter steckt ähm aber das war es mal im online dating auch nicht und auf social media kann man natürlich auch sehen wie lang besteht so ein profil ist das irgendwie wirkt das authentisch und ja ja so schließlich lerne ich einen mann kennen der sehr plus sich zu sein schienen der mir trotzdem sehr gefiel ja man weiß es immer nicht ne also am anfang können auch bindungsängste so plus sich rüber kommen aber wenn die bindungsangst dann noch nicht reingekickt hat der mir trotzdem sehr gefühlt wir sind circa ein monat miteinander ausgegangen ich fing an mich richtig zu verlieben ähm schön er war sehr liebevoll keine red flags weit und breit ich fühlte mich total verbunden zu ihm und war mit vollem herzen dabei beim versuch äh sex zu machen äh stellte sich heraus dass er reaktionsprobleme hat äh außer dann erzählt er mir von seinen ex beziehungen mit sucht menschen ja könnte ja noch zu dem plussigen passen ähm ja gott erektionsprobleme kann man nicht immer mal haben äh ich meine das würde ich jetzt auch niemand strikt rausdrehen oder ähm das ist auch aber gut das ist ein anderes thema wird das sicherlich zu weit führen gibt es natürlich auch viele möglichkeiten das anzugehen heutzutage finde muss man muss man sich nicht so mit rumquälen aber keine ahnung ich kenne den fall natürlich jetzt nicht so ähm ansonsten hat er nichts mehr seit vielen jahren jede frau wäre nach kürzester zeit gegangen das würde mich natürlich schon so ein bisschen misstrauisch machen muss ich sagen aber irgendwo muss man natürlich den leuten also wenn man das ist immer so ein problem wenn man die schlinge zu eng zieht dann passt keiner mehr durch wenn man sie zu weit macht hat man diese red flags aber das würde mich auch schon so ein bisschen irritieren würde ich mal sagen das wäre so das erste was mich jetzt irritiert hätte und ja ich konnte das nicht nachvollziehen denn ich fand ihn ja so toll er hat einen guten job spielt ähm tritt als künstler auf und sieht sehr gut aus äh ist ungefähr mein alter und hat keine kinder hat sehr viele freunde bei denen er sehr beliebt zu sein scheint ja das ist alles gut äh nach dem flop mit dem sexversuch habe ich mir keine gedanken gemacht und kam zu dem schluss dass er ein selbstwertproblem hat und sicher koabhängig zu sein scheint ja kann sein aber auch äh das heißt es nicht unbedingt also ich man hört es gut ich meine jetzt irgendwie so sexuelle störungen gibt es natürlich wie sand am meer ich höre es relativ oft aus toxischen beziehungen auch vom minuspol ob das jetzt einfach weil die inzidenz davon so hoch ist oder ob das wirklich statistisch mehr ist da weiß ich nicht aber ich höre es auch vom minuspol auf jeden fall ähm da entschied ich kurz da einen schluss mit ihm zu machen da ich dachte aufgrund der mangelnde polarität würde ich ihn sowieso in ein paar monaten verlassen so wie es mit den anderen männern getan hatte okay das ist jetzt natürlich so eine gewisse wendung weil du bist hier und hast du ja gesagt alles cool alles super ich mochte ihn so und jetzt schreibst du mangelnde polarität das natürlich okay ähm ich wollte aber auf keinen fall dass er ich wollte auf keinen fall dass er wegen mir leidet deswegen dachte ich es ist besser so besser jetzt als später leider habe ich nicht damit gerechnet wie ich selbst leiden werde und so hielt ich es nicht aus und wollte nochmal mit ihm sprechen um zu sehen ob er auch so fühlt wie ich meine eindruck war auf jeden fall dass er auch total verliebt ist und ob wir es doch probieren also finde ich bis hierhin alles okay du hast zweifel ähm das sind jetzt genau diese wenn man so seinen liebeschiff umprogrammiert diese neuen gedanken die man nicht so festhängen ich will jemand anders auch nicht wehtun wenn sie schon absehen lässt da wird nichts draus lassen was lieber ähm dann fällt man so eine entscheidung aber gut er hat ja nichts getan bis hierhin dann denkst du nochmal drüber nach also es ist auch kein brechen von null contact oder so er hat ja nichts getan ähm ja dann zu überlegen vielleicht war ich doch zu streng nochmal mit ihm ins gespräch zu gehen alles gut alles gut so ist das so so arbeitet man sich dadurch ne jetzt wird es aber auch echt interessant beim gespräch sagte mir er wolle mit mir zusammen sein könnte aber nicht sagen er wäre verliebt kannst du sehen dass du alles richtig gemacht hast und ist glaube ich ein ziemlicher schocker für dich jetzt weil er scheinbar einen ganz anderen eindruck gemacht hat und das ist schon krass ne das muss ich es ist echt krass hat mich jetzt beim lesen der mail auch echt überrascht muss ich sagen aber gutes gutes bauchgefühl glückwunsch echt und ähm gut dass du auch zu jemanden der nicht so richtig drin ist in der beziehung ähm dass du jetzt nicht darauf reagierst mit oh ich verknall mich noch mehr das finde ich schon ein sehr gesundes zeichen übrigens so ja sondern eher mit hm ist vielleicht nichts also das ist eine sehr gesunde reaktion meiner ansicht nach so also die du vorher schon hattest hast du schon echt gut gespürt ähm so ich war total geschockt hätte niemals damit gerechnet mein gefühl hatte mich dann doch so sehr getäuscht naja du hast ja es beendet also so irgendwas musst du ja vielleicht hat dein gefühl getäuscht weil deine intuition hatte ich scheinbar nicht getäuscht und äh das ist jetzt ein Monat also ich sag immer alles was so unter Monat ist würde ich äh denken hey ich bin ich bin der Star hier im Dating ich kann das innerhalb von drei vier Wochen aussortieren weil schneller ist es nicht möglich irgendwie ist es einfach nicht möglich also klar gibt es so offensivliche Sachen auf dem ersten Date aber also oft ist es so wenn man an dem Punkt ist dass man nach drei vier Wochen Menschen aussortieren kann äh dass man das sieht dass man die Kraft dazu hat die auszusortieren ähm und trotzdem so eine gewisse Offenheit behält das ist häufig so der Moment wo bindungssichere Menschen ins Leben treten ähm da 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 ba 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 ich teilt ihr mit dass da für mich nicht in Frage kommt äh mit einem Mann zusammen sein der nicht in mich verliebt ist geht für mich nicht rolle here you go klatsch ich mal auf dem Balkon für mich sehr gut sehr sehr gut jetzt musst du nur noch dahin kommen dass du das kann man tatsächlich auch lernen diese Emotionen so abzustellen also äh äh Bindungsängstler können das ja sowieso äh kann man aber auch als Pluspol lernen dass man einfach sagt pfff denke ich nicht mehr drüber nach äh sorry war nicht verknallte mich lächerlich was soll ich damit äh du hast du nicht mehr so dass du eben auch von jedem Mini Podest wo er drauf war gleich runter nimmst und dann hat man auch nicht mehr so diese Emotionen ne wenn man sagt ey sorry kann kann also auch ein bisschen sage ich das hoffe ich ganz gut auch ein bisschen stolz zu haben also wie kann sich ein Mann innerhalb eines Monats sich in mich verlieben sorry wer braucht das und dann kommst du auch noch schneller drüber weg so ne äh äh und ist wahrscheinlich wie bei ganz vielen Pluspolen oder ehemaligen Pluspolen oder leichten Pluspolen oder Pluspolen in Recovery merkst du jetzt dass du so ein klitzekleines selber ein klitzekleines Bindungsangstthema hast und ähm das haben nämlich ganz viele Pluspole dass sie insgeheim selber bindungsängstlich sind was aber erst auftritt wenn sie Menschen daten die ähm ähm die wirklich sozial äh sozial sozial auch aber die wirklich emotional verfügbar sind da sind wirklich plusig sind das war der ja nicht hier dann merkt man erst so ist ja unangenehm ein bisschen unangenehm und mhm das will dann immer von mir wieso wieso liebt er mich so äh so ich denke schon dass das da würde ich mal gucken ähm da vielleicht auch nochmal Modul 4 reingucken aber das ist ein ganz typischer Liebeschiff Weg hier dass man dann äh äh sozusagen diese Plussituation in den Griff kriegt und dass man dann merkt mhm vielleicht auch ein paar Minusthemen und so dass man dass du dich einfach besser einlassen kannst wenn jemand äh nicht so dran ist das hat natürlich nicht nur mit dem Liebeschiff zu tun ich denke die meisten Frauen können sich besser auf einen Mann einlassen der nicht zu pushy ist zu needy zu viel will ähm also auf so einer Verhaltensebene zu viel will aber das heißt natürlich nicht dass der nicht in dich verliebt sein sollte und echt Bock auf dich hat also das ist halt so das eine Horn was man da finden darf äh wäre für dich jetzt ein Mann sozusagen der schon in dich verliebt ist aber trotzdem äh ja nicht pushy needy ist äh die deinen Raum lässt ähm verbindlich ist und aber wie gesagt bei einem Monat würde ich mir jetzt echt keinen Kopf drum machen ob ich weiß nicht schneller kann man das nicht sehen und ähm aber er war ja irgendwie vielleicht auch nicht ganz ehrlich aber ich will mir das jetzt nicht vorwerfen weil es braucht ja auch Zeit so richtig in so eine Ehrlichkeit zu kommen und ich würde mir da echt keinen Gedanken nochmal machen ne äh äh eine Herzverbindung jenseits von Aussehen und Materiellen ja das würde ich so ein bisschen in Frage stellen also ob der jetzt nicht sein optisches Muster war ähm weiß ich nicht da sag ich gleich mal was zu aber immerhin ist ja ein cooler Typ so als Künstler und so also dass das jetzt also und für eine Frau zählt ja so aus meiner Sicht so die Mission des Mannes muss nicht mit viel Geld einher gehen sondern dass er einfach sein Ding macht seinen Drive hat äh was er erreicht im Leben und das muss gar nichts mit Geld zu tun haben so und äh also sicherlich hat's auch also ist es jenseits von Materiellen aber es ist jetzt nicht jenseits von männlicher Polarität aber das soll's auch gar nicht sein und mit dem Aussehen also erstmal es ist für jede Frau anders aber so in der Masse sagt man so für Frauen Aussehen nicht so wichtig wie Polarität Souveränität Selbstbewusstsein und da hast du ja deine Zweifel und das ist auch in Ordnung und es ist wirklich besser früher Schluss zu machen als da so eine Zwei-Jahres-Beziehung wieder durchzuziehen mit dem Aussehen ist so eine Sache natürlich sind viele Menschen die extrem gut aussehen aber da reden wir jetzt wirklich nur von extrem gut aussehen haben natürlich haben so ein gewisses Ego aber sie haben also ich würde gar nicht sagen dass die mehr Ego als andere haben aber die hatten nicht die Notwendigkeit die Ego abzuschleifen wie es Menschen haben die die Mittel gut aussehen so das heißt die mussten sich damit nicht so auseinandersetzen und ja aber trotzdem ist es nicht so mit dem Aussehen ist wirklich so eine Sache weil gerade wenn man außerhalb seines Liebeschips datet was ja sowieso schon dafür sorgt dass die Chemie dann erstmal so vielleicht über so einen gewissen Zeitraum bis man das so ganz umprogrammiert hat vielleicht so ein bisschen weniger ist da ist sehr hilfreich wenn man den Menschen wirklich körperlich attraktiv findet und deswegen sage ich immer also das heißt jetzt Liebeschip umprogrammieren heißt nicht Menschen daten die man nicht attraktiv findet also man sollte nur genau hinschauen weil das könnte halt dieser Liebeschip sein wenn man jemand so mega attraktiv findet aber das heißt jetzt nicht dass die Lösung ist dass ich täte jetzt jemand den ich nicht gut aussehen finde und hoffe dann darauf dass der außerhalb meines Liebeschips liebst also das hat das kann trotzdem genauso sein dass das toxisch wird und dass da jemand sehr egoistisch ist also auch nicht so hübsche Menschen ist jetzt keine Wertung aber für einen selber nicht hübsche Menschen können auch total minuspolig egoistisch sein und das ist manchmal auch so eine Falle wenn man denkt das wäre jetzt so die Lösung also such dir ruhig einen Mann aus der dir gefällt aber wenn man so so ein Drogengefühl kriegt ne das ist immer ein schlechtes Zeichen so obsessiv 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 haben wollen kann ich mal schlafen dann ist es sicherlich nicht so gut hups in diesem Sinne wir werden es bald wieder sehen